Hallo, jetzt wollen wir uns mal das Heat-Up-Display anschauen. So habe ich wieder das Teil. Ich habe hier eine Anti-Rutschmappe drauf gepackt und hier kann man halt quasi das dann aufklappen. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Und schauen, wie das Ganze klappt. Ich brauche so eine App, Geschwindigkeit-App, kurz mal den Motor ausschalten, sonst kriege ich hier Verwarnung, weil ich das Handy in der Hand habe. GPS natürlich einschalten. Hier, Digi-Hood-Pro. Da habe ich es schon in den Spiegel verkehrt eingestellt und kann das quasi dann so hinlegen. Jetzt hier so meine Geschwindigkeit sehen. Jetzt finde ich leicht verzögert. Ich habe ein blödes Auto vor mir. Alles verpixeln hier, die ganzen Mist. Ist leicht verzögert, aber man kann da wirklich schon sehen. Und auch, also habe ich gegen Licht. Ich kann es einfach mal beobachten hier. Eine coole Sache hier. Ich kann ja sehen, wie schnell ich fahre. Ich fahre jetzt eine 50. Ich spiegel halt einstellen, dass ich gut sehen kann. Und dann noch ein bisschen nach vorne kippen. Und das Handy war da ran schieben. Ein bisschen schneller fahren hier. Den Helfengang haben wir schon drin. Ich hoffe, wir können das alles wirklich gut sehen hier. Ist jetzt natürlich relativ hoch. Ich muss natürlich mich ein bisschen runterpumpen hier. Damit ich auch wirklich alles sehen kann. 1,60m fahren wir. Wir haben durch meinen Blick immer hier auf der Straße. Und ich brauche ja quasi nicht immer das Dachau zu gucken. Eutlich coole Sache. Ich kann mir auch irgendwelche Navigations-App anzeigen lassen. Und die dann quasi mir hier das Setup-Display projizieren lassen. Wie gesagt, coole Sache mit dem Pad. 50 fahren hier. Ortschaft. Und wird so langsam halt. Aber nachteilig ist, dass einmal ein bisschen verzögert ist die ganze Geschichte. 53 mal zu schnell wieder hier. Er läuft da oben nicht leicht über die 50 drüber. Jetzt fahre ich genau eine 50 laut GPS. Und er kann hier richtig cool die Sache machen. Und ein bisschen schneller. Der Werktag ist jetzt vorbei. 19 Uhr, ich kann eine 70 fahren. Die können hier sehen, das ist wirklich eine feine Sache hier. Und man kann mir hier alles einblenden lassen. Wie schnell ich bin. Und hier habe ich, wie gesagt, mir noch ein Navi eingebaut. Das ist eigentlich eine Handyhalterung. Aber wie gesagt, das TomTom hier, was ich hier habe. Dort geht da jeder Weichmacher raus und das Teil wegschmeißen. Hier oben habe ich gleich noch ein bisschen Kompass drin mit. Da habe ich gesagt, das ist eine coole App. Kann ich weiterempfehlen. Stumm Lack. Kann ja wunderbar seine Geschwindigkeit kontrollieren. Die wir sehen hier. Coole Sache. Mit dem Teil. Okay. Ein bisschen Tesla hier. Ja, ich habe jetzt viel Spaß. Und ich finde das Teil vielleicht auch cool. Da sagte der Schrott. Okay, das soll er selber gelassen. Ich finde es ganz nice. Wie gesagt, kann man das Handy da vorne hin machen lassen. und sich Informationen anzeigen lassen. Und ja, dann ciao bis zum nächsten Mal. So, dann fahren wir mal eine Runde hier. Mein Heat Up Display. Wie gesagt, durch die Hülle kommt es leicht ein bisschen hoch. Und schon wieder Seltas. Auf dem Maximal 150 fahren. Und jetzt ist es schon wieder Seltas. Also maximal 150 fahren. Hier im Bergischen Land. Wenn es so weiter geht. Kann es passieren, dass hier vielleicht sogar mal gesperrt wird hier. Ja, das war gerade 30 gewesen glaube ich. Könnte weiter unten. Ich würde schon schön aufpassen hier. Ich würde schon die Geschwindigkeiten halten. Ich würde schon schön aufpassen hier. Wunderbar kontrollieren, nehmen wir ja. Der Steiner geht auch nicht hier. Der Steiner geht auch nicht hier. also im dunklen oben kann es passieren, dass sich das Handy im Ding spiegelt das ist natürlich ein bisschen blöd, aber das ist wieder das Handy was dann nochmal drauf, ein bisschen leicht schräg gerade ausrücken hier das ist ein leichter Spiegel hier dann nochmal das Display, wie gesagt, nochmal direkt an die Windschutzscheibe abgegeben das man leicht sehen kann vielleicht ist es ein bisschen weit oben hier auch sonst so schon interessante Sache, ganz sofort ohne auf das Taro zu blicken, das im Windschutzscheibe wieder sehen wie gesagt, GPS ist leicht immer verzögert weiß ich nicht, ob es Handys gibt, wo es schneller geht, keine Ahnung kann das hier so schön fahren wie gesagt, im hellen hat man es nicht ganz so gesehen jetzt im dunklen sieht man es halt schon und vielleicht macht die Bremse ein bisschen nerven ich weiß es nicht wir sind gerade uns ein Polo angeräubert hier, wenn es mit überhörter Geschwindigkeit hier unterwegs ist wir sind aber vorbeigeknallt hier schön vorschriftsmäßig hier zu 50 fahren wenn es jetzt heller wird geht es wieder weg also man muss natürlich schon auf das Display drauf gucken wie gesagt, im dunklen spiegelt es sich oben wieder, aber im hellen kann man es nicht mehr sehen da muss man sich wieder auf den Spiegel hier drauf schauen zu Vorfahrten achten hier 70er manchmal kann ich mit hoher Geschwindigkeit reingeprettert und die Sonne geht gleich runter hier kann ich hier 70er entspannt fahren hier da habe ich sogar eine 80 drauf also das Tacho geht halt vor das weiß man auch, ist bekannt so das war jetzt nochmal ein dunklen hier jetzt muss ich auf die Straße gucken und ja ich weiß nicht ob für euch das was ist oder was Schrott ist halt dann könnt ihr euch selber entscheiden ok ich wünsche euch was tschau 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 tschau